Hey Leute und herzlich Willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal und heute habe ich mal wieder ein Timelapse Video für euch, denn ich habe in dem Bahnhof von der letzten Folge ein Signalsystem gebaut, inklusive Stellwerk und ich muss sagen, dass der Bau ganz gut ablief, allerdings war die Einrichtung der Signale ein bisschen knifflig und ich bin mir jetzt nicht so sicher, ob die Signalkonfiguration jetzt stimmt. Ähm, aber naja, auf jeden Fall, es funktioniert ganz gut und ich habe ja noch einen kleinen Hinweis, nämlich ich bin, also bei uns fängt wieder nächste Woche die Schule an und deswegen werden dann nicht so viele Videos kommen in der Zukunft. Dann wünsche ich euch viel Spaß mit dem Video. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020